Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest nur mal nachsehen, anzunehmen bei Kronist Dokimi in Sultrak an dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Badges 9.2.5. Es könnte aber sein, dass das Video euch auch in VOTLK Classic hilft. Der Weg zum Zielgebiet ist ziemlich weit, deshalb werde ich jetzt eine kurze Unterbrechung machen und sobald ich in der Nähe bin, werde ich mich wieder bei euch melden und euch zeigen, wie es weitergeht. Also, nicht weglaufen, bis gleich. Da bin ich auch schon in der Nähe. Ich habe übrigens auch einen Twitch-Kanal, Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbei schaut. Und ja, ja, ich mache gleich die Map auf. Also, ich bin von hier einfach diesen Weg entlang geflogen. Können natürlich auch am Boden laufen oder reiten, wie auch immer. Eventuell müsst ihr ein paar Mobs versiegen oder ein paar Mobs ausweichen. Und nun befinde ich mich hier. Das ist der sogenannte Hinterreingang von Gundrak. Man kann jetzt hineinlaufen auf Normal, auf Eroisch. Das ist vollkommen gleich. Und hier bin ich. Die Quest ist abzugeben bei Kwanislin Bakini in Gundrak an dieser Position. Ihr habt ja gesehen, wie ich hergekommen bin. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen ist mir ziemlich wichtig, in den Kommentaren Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.